Diese hier zum Kauf angebotene 4-Zimmer-Wohnung befindet sich in Marktschwaben. Das Objekt wurde 1973 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 84 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 249.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.